Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Profi-Walkthroughs von Dark Souls 2. Der Eisenkorridor ist durchschritten und leer geräumt für das, was jetzt kommen mag. Nämlich hinter diesem Nebeltor wartet der erste von zwei optionalen Bossen aus dem Old Iron King DLC. Und zwar ist das der blaue Schmelzer-Dämon. Ja, richtig gehört. Schmelzer-Dämon 2.0. Wir kennen den Schmelzer-Dämon bereits aus der Eisenfestung. Das hier dahinter ist sein großer Bruder. Und der ist unter den Fans gar nicht mal ganz so beliebt. Geradezu berüchtigt ist er, was einen ganz einfachen Grund hat, den erkläre ich euch mal. Der blaue Schmelzer-Dämon ist eigentlich relativ leicht zu lernen, weil er nur sechs Angriffsmanöver hat, die man allesamt auch sehr gut kommen sieht. Das Problem ist nur, die Fehlertoleranz des Bosses ist nahe null. Denn jeder kleine Fehler bestraft er mit einem unglaublichen Schadensoutput. Das heißt, es ist ein Geduldsspiel, weil er auch einen ziemlich großen Lebensbalken hat und man im Grunde über einen längeren Zeitraum einfach keine Fehler machen darf. Der blaue Schmelzer-Dämon ist besonders anfällig gegen Dunkelmagie und gegen Gift. Das heißt, ihr solltet euch entsprechend ausrüsten. Ich habe das mal getan. Ich habe erstmal hier ein Drangleic-Schwert plus 5, also für maximalen physikalischen Schadensoutput, um mal zu gucken, wie er darauf reagiert. Und eben ein Schotel, das ich auf Level 10 gebracht und mit Finsternis verzaubert habe. Insgesamt hier, das seht ihr rechts, 180 Grundschaden plus nochmal so grob 60, 70 oben drauf. Das macht schon recht Aua, glaube ich. Außerdem, der blaue Schmelzer-Dämon, anders als sein kleiner Bruder, verteilt keinen Feuerschaden, sondern Magieschaden. Also solltet ihr euch entsprechend rüsten, was den Schild angeht. Zum Beispiel ist das Drangleic-Schild gar nicht mal ganz schlecht geeignet für den Kampf, weil es eben so ungefähr 75% des Magieschadens abblockt. Alternativ könnt ihr auch hier zum Beispiel zum Goldschwingen-Schild greifen, das sogar 80% des Magieschadens blockt. Das seht ihr an der blauen Zahl rechts oben in der Tabelle. Außerdem kann es nicht schaden, den Zauber-Quarz-Ring plus 3 anzuziehen, der erlittenen Magieschaden ebenfalls reduziert. Und der Chloranthi-Ring für Ausdauer-Generation ist auch ein ganz guter Trick, denn ihr braucht viel Ausdauer bei diesem Kampf. Ab sofort muss ich übrigens nachsynchronisieren, weil während der Live-Aufnahme am Mikrofon plötzlich den Geist aufgegeben hat. Das wird spannend, jetzt meine eigenen Spielszenen nochmal nachzukommentieren. Ach, aber das kriegen wir hin. Noch ein Wort zum Schild. Ich empfehle selbst wenig mit dem Schild zu arbeiten, weil der Blue Smarter Demon so einen Schadensoutput hat, dass er euch eure komplette Ausdauer runterballert, wenn ihr mit dem Schild blockt. Noch dazu gibt es dann eben den Magieschaden obendrauf. Deswegen würde ich euch empfehlen, lieber mit Ausweichrollen zu arbeiten, was es ein bisschen leichter macht. Das Problem ist nur, ein paar seiner Angriffe, und es sind ja nur sechs, aber ein paar seiner Angriffe, da ist der Blue Smarter Demon manchmal so gemein, dass er diese Angriffe dezent verzögert. Und zwar genau so, dass er euch in eurer Panic-Role erwischt, was natürlich besonders viel Schaden verursacht. Das müsst ihr immer im Hinterkopf behalten, wenn ihr quasi die Nicht-Schild-Variante wählt. Davon abgesehen, Schluss der Theorie, schreiten wir durch das Nebeltor und legen uns mal mit dem Blue Smarter Demon an. Am Anfang steht er immer noch so ein bisschen ruhig da, aber relativ schnell wird er auf euch aufmerksam. Und das ist sein Überkopfschlag. Das ist eine der Attacken, die er immer gerne verzögert und wo er euch dann, wo ihr relativ spät immer erst ausweichen dürft. Wie jetzt zum Beispiel. Ansonsten ist der Überkopfschlag eine gute Möglichkeit zu heilen und ihr solltet ihn immer auf mittlerer Distanz halten und seine Kombos abwarten. Dieser Horizontalschlag ist immer ein Doppelschlag, der meistens dann durch einen dritten Schlag finalisiert wird. Oder aber er springt dabei in die Luft. Wie hier. Nehmt da immer bitte sofort Abstand, weil in den meisten Fällen haut er danach so eine Explosion raus, die richtig böse Auer macht. Und wenn er so sich zusammenkauert, kommt ebenfalls eine Explosion. Auch da solltet ihr auf Abstand bleiben. Und jetzt wieder ran. Versuchen an ihn ranzukommen. Dieser Stoßangriff ist eine gute Möglichkeit. Zwei Hiebe, mehr nicht. Und dann schnell wieder Abstand. Ausdauer regenerieren. Und einen guten Moment finden zum heilen, falls ihr müsst. Horizontal-Dieg 1, Horizontal-Dieg 2 und der dritte hinten dran. Ebenfalls stark verzögert. Und werdet bei ihm bitte nicht gierig. Wie gesagt, zwei Hiebe ist das Maximum, was ihr euch gönnen solltet. Weil sonst habt ihr zu wenig Ausdauer, um auf seine Folgeangriffe zu reagieren. Der Stoßangriff immer super, um an ihn ranzukommen. Jetzt folgt die zweite Phase erstaunlich früh. Normalerweise kommt die immer erst so, wenn ihr ein Drittel oder ein Viertel seiner Leben runtergehauen habt. Und dann hat sein Schwert eine größere Reichweite und verursacht jetzt brachialen magischen Schaden. Wieder Abstand halten, wenn er diesen Stoß macht. Danach könnt ihr an ihn ran, ihm zweimal eine mitgeben und dann schnell wieder auf Abstand. Es kommt vor, dass er diese Explosion nicht macht, wenn er sein Schwert in den Boden rammt. Aber darauf solltet ihr euch nicht verlassen. Dann haltet einfach jedes Mal bitte Abstand, um sicher zu gehen. Weil das Ding, davon dürft ihr euch nicht retten lassen. Vielleicht macht er es ja auch mal nicht, so wie jetzt, genau. Aber trotzdem, geht auf Nummer sicher. Bei dem Schwertstoß nach vorne eben, wie gesagt, eine tolle Möglichkeit an ihn ranzukommen, weil er nämlich auch in eure Richtung springt. Hier, da seid ihr schon an ihm dran. Ein Wort zum Heilen, wenn ihr heilen müsst. Ich greife ja hier in diesem Kampf lieber zu Heilsteinen, statt zu Estusflakons, weil seine Angriffe sind so getimt, dass ihr zwischen zwei Angriffen nur eine Millisekunde habt, zu entscheiden, ob ihr euch heilt oder nicht. Wenn ihr auch nur einen Tacken zu lang zögert, dann trifft er euch mitten in eurem Heilprozess. Da sind die Heilsteine die bessere Möglichkeit. Auch wenn die länger brauchen, bis sie eure Leben wieder aufgefüllt haben. Klappt ja ganz gut mit dem Nachkommentieren, wie ich finde. Aber es ist auch, ich möchte nochmal wiederholen, man kann im Grunde, wie gesagt, den Smerte Demon relativ schnell lernen. Ihr seht ja, seine Attacken, er hat nicht viel Varianz da drin. Und man lernt relativ schnell, wie man drauf reagieren muss. Es ist halt, er hat einen riesen Lebenspoint, äh, Lebenspointpool, auf den man runterhauen muss. Sprich, es ist einfach ein ziemliches Geduldsspiel, bei dem man keine Fehler machen darf. Der doppelte horizontale Hiep und danach der Sprung, den ich jetzt gerade ein kleines bisschen unterschätzt habe. Und bin Gott sei Dank relativ schnell weggekommen, äh, weil er hat die Explosion hinten dran gehauen. Das wäre eigentlich ein Tod gewesen, weil erst der Schwertstoß und dann die Explosion hinten dran ist eigentlich One-Shot. So, wieder hinrennen, paar auf den Popo geben. Ich hab jetzt mal, äh, bin zu meinem, äh, physikalischen Schwert gewechselt, ohne Finsternissschaden, um mal zu vergleichen, was das an Schaden macht. Und da hat er mich jetzt in der Wand festgenagelt, deswegen hab ich auch die Explosion getroffen. Und ihr seht, äh, sechs Siebtel meiner Leben sind weg. Aber immerhin lässt er einen noch eine zweite Chance. Auch wenn ich hier das Timing beim Heilen verballere. So wie hier. Ich wollte es euch mal zeigen, äh, dass im Grunde ihr erst wirklich heilen dürft mit Estus-Flakons, wenn er irgendeine Attacke komplett ausgeführt hat und ihr dann sofort drauf reagieren könnt. Das war ein so zögerter horizontaler Hieb, das macht er ganz gerne. Lasst euch dafür nicht ins Boxhorn jagen, weil dieser horizontale Doppelhieb ist ja normalerweise immer gleich schnell, aber manchmal ist sein zweiter Hieb halt etwas langsamer. Und das trifft dann meistens richtig schön in die Ausweichrolle hinein. Hier. Und jetzt sofort heilen. Auch mit meinem physikalischen Schwert riskiere ich nicht mehr als ein, zwei Hiebe. Weil es auch noch ein kleines bisschen langsamer schwingt als mein Schotel. Was ja eine Geschwindigkeitswaffe ist. Und jetzt schnell Abstand. Hier verballern wir wirklich unsere Lebenssteine, aber dafür sind sie ja da. Auch einfach immer mal auf Nummer sicher gehen und den Lebensstein nehmen, obwohl es vielleicht noch gar nicht so nötig ist und er mehr Leben auffrischen würde, als man verloren hat. Aber, wie gesagt, ihr seht ja, was dieser Typ für einen Schadensoutput hat. Da ist jedes bisschen Leben, das man mehr bekommt, wertvoll und überlebenswichtig. mit dem Stoßangriff habe ich etwas zu langsam reagiert, deswegen gleich nochmal heilen. Langsam aber sicher gehen mir die Estos-Flakons aus und er hat immer noch ein Drittel seiner Leben übrig. Und seinen Sprung-Timing habe ich mittlerweile wieder komplett verlernt und konnte jetzt nicht genug Abstand nehmen, weil hinter mir die Wand ist. auch da immer drauf achten, möglichst in der Mitte der Arena kämpfen. Und da ist jetzt dann langsam bei mir ein kleines bisschen Panik ausgebrochen. Ich verpasse seine Timings, ich heile zu langsam und gegen Ende des Kampfes sind mir dann ein bisschen die Nerven hier durchgegangen. Aber ich habe dann jetzt langsam wieder ein bisschen Ruhe reingefunden. immer nur ein Hieb, um sicher zu gehen. Ich habe ein bisschen mittleren Abstand gewählt, um seine Schläge zu provozieren, und zwar in dem hier, weil er da dann relativ langsam ist und seine Deckung öffnet. Wieder halben Abstand, horizontalen Schwung und den Stoßangriff nutzen, um zu heilen. Und ihr seht, ich arbeite komplett überhaupt nicht mit meinem Schild, weil gerade in der zweiten Phase ist der Schadensoutput von ihm so hoch, dass halt euer kompletter Ausdauerbalken runtergeschlagen wird. Und wenn ihr auch schon gerade Ausdauer verbraucht habt und er diesen Ausdauerbalken noch zusätzlich runterhaut, dann geht das natürlich auch auf eure Vitalität. Und insofern, ihr seht es ja, mit Fast Rolls sind seinen Angriffen ganz gut beizukommen. Und da haben wir ihn umgehauen. Den Blue Smelter Demon, hier im Eisenkorridor. Wir bekommen von ihm satte 75.000 Seelen. Das ist ein richtig guter Output. Und natürlich seine Dämonenseele. Ein Wörtchen dazu, die könnt ihr zum Waffenschmied Ornifex in die Lichtsteinbucht Zeldora bringen und dort sein blaues Schmerz schmieden lassen. Das ist dasselbe Schwert, wie das von seinem kleinen, feurigen, roten Bruder. Nur, dass es halt keinen Feuerschaden verursacht, sondern natürlich Magieschaden. Es ist ein Ultra-Großschwert. Ihr braucht dafür 40 Stärke, um es schwingen zu können. Und es hat auch echt viel Gewicht. Das heißt, ihr braucht auch viele Punkte in Belastbarkeit, damit ihr das überhaupt tragen und benutzen könnt, ohne gleich eine Fat Roll zu haben. Aber dafür skaliert es sehr gut mit Stärke und ist also für Liebhaber von Ultra-Großschwertern ein richtig tolles Teil. Nun denn, der Eisenkorridor ist endlich gemeistert. Hier geht es hinaus aus diesem Seitenbereich des Iron King DLCs. Endlich, Gott sei Dank. Ich mag, wie gesagt, den Eisenkorridor überhaupt nicht. Hier sammeln wir noch die Faros-Maske ein. Eine etwas außergewöhnliche Kopfbedeckung. Und hier den Aufzug nach oben. Geht es dann zurück in die Haupthalle mit den von uns in Gang gesetzten Aufzügen. Ja, und das war's. Hier mit dem Blue Smerted Demon, mit dem Eisenkorridor in der nächsten Episode machen wir uns dann auf den Weg, den Rest hier dieses Fume Towers zu erkunden und den Weg zu ebnen zum dritten und letzten Boss hier in diesem DLC. Und das ist eine echte Dark Souls-Ikone. Auf diesen Kampf freue ich mich schon unglaublich sehr. Falls ihr Fragen zu dieser Episode habt, gerne in den Kommentaren. Und auch zu Dark Souls im Allgemeinen natürlich. Und wie immer winke ich feierlich zum Abschied. Sag Dankeschön fürs Zuschauen. Würde mich sehr über den Daumen freuen, wenn euch das Video gefallen hat. Und sag dann, bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Und macht's gut.